Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fakten, Mythen und Kaffee, der Supermom-Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema mit Sit-Ups zum Sixpack. Ich bin stolz, ich habe es richtig hingekriegt, das war ein Zungenbrecher. Ja, es geht um das Thema Sixpack, also Bauchmuskeln und ob die Sit-Ups der richtige Weg dahin sind oder die richtige Methode eher. Also vielleicht erstmal zum Sixpack, das ist ja ein englischer Begriff, also es heißt quasi Sechserpack und worum geht es hier? Die sechs Teile des schönen Bauchmuskels, also dass unser Bauch eben ein Waschbrett hat. Auf Deutsch würde man sagen ein Waschbrettbauch, aber Sixpack hat sich eben auch bei uns so eingebürgert, das zu sagen. Ja, und es geht eben darum, also diese Muskeln haben wir eigentlich alle, aber wenn man sagt, er hat ein Sixpack oder sie hat einen Waschbrettbauch oder wie auch immer, dann bedeutet das, dass man die eben wunderschön sehen kann, diese Muskeln. Gut, der eine oder andere findet das vielleicht auch nicht erstrebenswert. Ich finde es je nach der Ausprägung ganz schön, wenn man so ein bisschen in die Muskeln sehen kann. Und ja, vielleicht zum Aufbau erstmal der Muskeln. Wir haben eben verschiedene Muskeln und Sehnenplatten übereinander am Bauch und ganz zuoberst sind die schrägen Bauchmuskeln, also es ist der schräge äußere Bauchmuskel und der gerade Bauchmuskel. Und dieser gerade Bauchmuskel, das ist der, den man dann eben sehen kann. Und dieser Bauchmuskel entspringt an den Rippen, also Rippe fünf bis sieben ungefähr, so hier oben und hier oben in der Mitte und zieht sich dann runter bis zum Schambein. Also es ist eigentlich ein sehr langgezogener Muskel. Prinzipiell erstmal ein großer oder vielleicht sind es auch zwei nebeneinander, aber auf jeden Fall von oben nach unten. Und jetzt kommt die Unterteilung zustande, weil da eben Sehnenstreifen das Ganze unterteilen. Und zwar gibt es von oben nach unten in der Mitte die sogenannte Linea Alba. Wenn du eine Frau bist und schon mal ein Kind gekriegt hast, dann kennst du vielleicht auch die Linea Alba im Zusammenhang damit, dass bei einem schwangeren Bauch, beim Babybauch, sich das so weiß abzeichnet. Also da hat man dann so eine weiße Linie. Und ja, das ist eben auch diese Linea Alba. Das ist also diese Sehne, diese Sehne, die von oben nach unten geht und dann erstmal in der Mitte teilt. Und dann gibt es noch mehrere, so ja, drei bis vier Zwischensehnen, die eben von links nach rechts oder von rechts nach links, also quer verlaufen. Und je nachdem, ob es drei oder vier sind, also wie stark die auch ausgeprägt sind, kommen dann eben diese sechs Teile des Bauchmuskels zustande. Oder manchmal sind es auch acht, dann wäre es ein Eightpack. Ja, je mehr desto besser. Also das ist dann letztendlich das Sixpack. Und das sind diese sechs Teile, die wir sehen können. Natürlich muss der Muskel dafür sehr ausgeprägt sein. Also er muss sehr stark sein, damit man ihn auch sehen kann erstmal von seiner Form her. Dann hat es aber auch damit zu tun, wie hoch der Körperfettanteil ist. Weil, wie ich eben schon gesagt habe, diese Bauchmuskeln, die haben wir alle. Sonst würden wir auch nicht gerade stehen. Wir brauchen die Bauchmuskeln auch für unsere ganze Körperspannung. Aber je nachdem, ist da eben Fett drüber. Und dann ist es vielleicht eher ein Waschbärbauch als ein Waschbrettbauch. Ja, also dann kann man den nicht unbedingt sehen. Das heißt, der Körperfettanteil, vor allem in diesem Bereich des Körpers, muss eben relativ niedrig sein. Naja, man sagt so zwischen 20 und 30 Prozent. Das ist superideal. Dann kann man wirklich ein sehr gutes Sixpack sehen. Aber auch das alles ist recht individuell. Also es gibt Menschen, bei denen sieht man sehr schnell ein Sixpack. Und bei anderen Menschen ist es wirklich sehr, sehr anstrengend, bis die das dann hinkriegen, dass man das Sixpack sehen kann. So, das vielleicht erstmal zum Sixpack überhaupt. Die Anatomie, was ist das und warum nennen wir das so? Jetzt geht es darum, kommt man denn mit Sit-Ups zum Sixpack? Und meine Antwort ist, nein. Also natürlich kommt man schon, wenn man Sit-Ups macht, zu einem Sixpack. Wenn man oft genug und genug davon macht. Aber meine Empfehlung ist es nicht zu tun. Weil, also Crunches und Sit-Ups, das sind so die klassischen Übungen, an die wir auch denken in der Regel, wenn wir Bauchmuskeln trainieren wollen. Und ja, ich weiß gar nicht genau, was eigentlich der Unterschied zwischen beiden ist. Vielleicht ist es auch das Gleiche. Aber letztendlich ist es ja diese Übung, wo du auf dem Rücken liegst. Dann hast du die Beine aufgestellt oder auch in der Luft, so im 90-Grad-Winkel, die Knie, also die Ober- und die Unterschenkel im 90-Grad-Winkel. Oder die Beine sind sogar irgendwo drauf oder drunter geklemmt. Und du kommst dann, machst meistens die Hände hinter den Kopf und kommst dann mit dem Oberkörper immer so hoch. Entweder nur ein kleines Stück oder sogar richtig nach oben. Also wenn du die Beine irgendwo unter was drunter klemmst, dann kannst du auch den ganzen Körper heben. Nun ist das Problem, dass viele von uns diese Übung auch nicht korrekt ausführen. Weil sozusagen der Körper, der mogelt sich da so ein bisschen durch und benutzt eher die Rückenmuskeln als die Bauchmuskeln. Und auch wenn wir die Übung wirklich auf dem Boden liegen machen und dann nur so dieses leichte Anheben nach oben machen, dann werden die unteren Rückenmuskeln sehr stark in den Boden gedrückt und auch zum Teil überbelastet oder falsch belastet. Und das ist eben weniger gut. Also A, trainieren wir dann nicht wirklich die Bauchmuskeln. Und B, können wir sogar auch unsere Rückenmuskeln, naja, ihnen zumindest ein wenig Schaden zufügen oder auch mehr, je nachdem wie viel wir davon machen. Genau. Und deswegen ist das mit den Crunches und den Sit-Ups meiner Meinung nach nicht die perfekte Methode. Und das ist auch nicht nur meine Meinung. Die Meinung haben auch andere, aber da komme ich gleich nochmal zu. Was ist jetzt also die bessere Idee? Und da gibt es ganz wunderschöne Übungen, nämlich die Planks. Also den Unterarmstütz oder auch den, also auch auf der Handstütz, also quasi Liegestützposition, ohne Liegestütz zu machen. Wobei auch Liegestütz durchaus die Bauchmuskeln trainieren. Ja, das ist ja mal so eine Sache. Die Leute denken, wenn sie Liegestütz machen, dann trainieren sie ja nur die Arme und die Schultern und vielleicht noch den Rücken. Aber wenn man eine Liegestütze richtig macht, dann ist ja der Körper wirklich komplett gerade in einer Linie. Und um das halten zu können, brauchst du deine Bauchmuskeln. So, und wenn wir jetzt also diesen Stütz machen, also entweder auf die Hände, langer Körper, du bist auf den Zehenspitzen, hast entweder die Hände auf dem Boden oder den ganzen Unterarm. Dann ist es der Unterarmstütz, so beides Plank genannt. Und du bleibst einfach schön in einer, mit deinem Körper in einer ganz geraden Linie, wie ein Brett. Dann arbeiten deine Bauchmuskeln die ganze Zeit. Weil das ist super anstrengend, den Körper so in der Gerade zu halten. Versuch's mal. Schmeiß dich jetzt mal auf den Boden, wenn du das hörst, auf die Unterarme oder auf die Hände und guck mal, wie lange du es halten kannst. Ob du die ganze Podcast-Folge durchhältst? So, und was auch gut ist, sind also dann noch Bewegungen, die du dazu fügen kannst, wenn du dich jetzt in diesem Stütz befindest? Dann bewegst du mal dein Becken, also dein Po quasi, in wie so einem Bogen. Also von rechts nach links. Also du machst immer so einen Halbkreis mit deinem Po. Nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Weil dann werden auch noch deine seitlichen Bauchmuskeln gleich mit angespannt und müssen sich anstrengen. Und für die seitlichen Bauchmuskeln gibt es, oder auch eben die schrägen Bauchmuskeln, die werden da auch mit beansprucht, gibt es eben auch den Seitstütz. Das heißt, wir machen die ganze Übung aber auf der Seite. Das heißt, du legst dich seitlich auf den Boden, stützt dich auf den Unterarm oder auch auf die Hand und hast dann sozusagen die Außenkante des Fußes auf dem Boden aufliegen. Du kannst deine Füße dann entweder voreinander oder auch aufeinander legen. Und dann kannst du diese Position auch einfach mal halten. Oder du bewegst dabei auch deine Hüfte immer Richtung Boden und wieder hoch. Aber nicht ablegen. So, und dann die andere Seite. Und dann hast du auch eine ganz super Übung für die seitlichen Bauchmuskeln. Ja, also jede Form von Ganzkörperübung, Ganzkörperspannung trainiert auch die Bauchmuskeln. Und damit du jetzt weißt, dass ich hier kein Quatsch erzähle, habe ich auch für dich recherchiert. Und zwar ist es so, dass die Navy, ich glaube, sie haben es mittlerweile schon umgesetzt, weil der Artikel ist schon ein bisschen länger her, dass sie nämlich geplant haben, die machen ja dann so Starttests, Einstellungstests, wie auch immer, um auch die Fitness zu prüfen, der Männer, die sind ja meistens Männer, aber der Menschen, die da starten bei der Navy. Und da gab es unter anderem den Sit-Up-Test. Also da mussten die dann keine Ahnung, wie viele Sit-Ups machen oder es wurde gezählt, wie viel schaffen sie, bevor sie zusammenbrechen. Oder sie mussten eine Mindestanzahl erreichen. Und diesen Test haben sie jetzt gewechselt, also haben sie gestrichen. Und dafür gibt es jetzt den Plank-Test, weil sie auch erkannt haben, dass es viel besser ist, viel schlauer und dass diese Übung auch viel sinnvoller ist für die Bauchmuskeln. Das heißt, kein Sit-Up-Test mehr, sondern jetzt gibt es einen Plank-Test bei der Navy. So, wir wollen jetzt nicht unbedingt bei der Navy eintreten, aber auch wir Frauen, wir Mamas möchten gerne auch einen schönen Bauch haben, einen schlanken Bauch haben. Und ja, um jetzt zumindest in diese Richtung zu kommen, können wir also zusammenfassen, kann ich dir sagen, a, lass das mit den Sit-Ups und den Crunches, meiner Meinung nach. Außer du kannst sie wirklich 100% perfekt ausführen, aber das sollte dann jemand beurteilen, der sie wirklich vom Fach ist, also ein ausgebildeter Fitnesstrainer. Aber wie gesagt, ich empfehle dir, mach Planks, mach Stützen, seitliche oder auch vorne die Unterarmstütze. Und diese Übung, wenn du die jeden Tag machst, auch damit wirst du zu einem Sixpack kommen oder zumindest zu sehr starken Bauchmuskeln. Und wenn dein Körperfettanteil relativ niedrig ist, zwischen 20 und 30%, Pi mal Daumen, dann wird man diese schönen sechs Muskelplatten auch sehen können. Aber ich kann dir auch sagen, auch ohne ein Sixpack kann man einen schönen Bauch haben und schöne Bauchmuskeln. Das ist ja auch Geschmackssache, ob man das jetzt mag, wenn das dann so raussteht oder nicht. Oder gerade, ob man das bei einer Frau sehr schön findet oder vielleicht doch eher beim Mann. Das lasse ich jetzt dir überlassen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Bauchmuskeln trainieren und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn du magst. Oder wir sehen uns auch gerne auf meiner Webseite. Da kannst du dir den kostenlosen Mama-Workshop angucken auf www.supermom.coach. Da schaust du einfach mal rein unter dem Reiter Kurs, findest du den Workshop und du darfst dich auch sehr, sehr gerne zum Newsletter anmelden, weil dann bekommst du jede Woche von mir aktuelle News und Trends zu Themen, die dich interessieren als Mama. So, dann hab einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss!